Mit der neuen Repline stellen wir die weltweit erste hyperstatische Rebschnur mit integriertem Schnittschutz und dynamischer Sicherheitsreserve vor. Hi, ich bin Phil, Produktmanager bei Edelreed. Wir haben unsere Repline nochmals überarbeitet. Bei der Repline ProTec ProTry konnten wir bei einem Durchmesser von nur 6 mm die Festigkeit auf nun mehr als 10 kN steigern. Gleichzeitig konnten wir das Gewicht auf 29 g pro Meter reduzieren. Ein weiterer Vorteil der neuen Repline ist die erhöhte Schnittfestigkeit durch die Verwendung von Aramidfasern im Mantel. Trotz der Verwendung der statischen Aramidfasern hält die Repline zwei Normstürze in Anlehnung an die europäische Norm für Zwillingsseile. Im Produktionsprozess werden die hochfesten Aramidfasern mit dem Mantelgarn verzwirnt und anschließend direkt in den Mantel eingeflochten. Das macht die Rebschnur besonders Schnittfest. Ein besonderer Vorteil beim Einsatz in alpinen Gelände, wo sich scharfe Kanten nie gänzlich ausschließen lassen. Der Kern hingegen besteht aus hochdynamischen Kernanlagen aus Polyamid. Tritt eine dynamische Belastung auf, absorbieren diese die auftretende Energie und verhindern so einen Riss der sonst statisch wirkenden Leine. Zudem rüsten wir die neue Repline mit unserer ProTry Behandlung aus. Hierdurch ist sie dauerhaft wasser- und schmutzabweisend gemäß dem UIA Water Repellent Test. Die Repline eignet sich besonders gut für den Einsatz beim anspruchsvollen Alpinklettern als Upseil- oder Haulleine. Zudem eignet sie sich hervorragend für Kletchertouren und als leichte Ablass- und Upseilleine beim Skibergsteigen. Aufgrund der dynamischen Reserve kann die Repline im Doppelstrang auch zum Nachsteigen verwendet werden. Wichtig ist, dass es sich bei der Repline nicht um ein vollzertifiziertes Dynamikseil handelt. In einer Notfallsituation jedoch ist es sicherlich die beste Option, die Tour zu beenden und sicher nach Hause zu kommen. Die Repline ProTec Pro3 6mm. Optimal für alle Alpinisten, die ihr Gewicht auf ein Minimum reduzieren und trotzdem nicht auf Sicherheit verzichten möchten.